Hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Partneraport, Diplom-Sychologe. Heute kommt übrigens an Bubble über Dating-Apps, da war ich ja mit dabei. Sehr coole Geschichte, um 17 Uhr kommt das heute raus. So, aber wir machen erstmal eine Dating-Mail, diesmal von jemandem, der schon über 20 Jahre mit seiner Frau zusammen ist. Und Glückwunsch erstmal dazu, das hat man ja heute selten. Ich habe übrigens gelesen, dass die Ehen von den Leuten, die ich vorher überhaupt keine anderen Partner hatte, sind die glücklichsten. Spannend, ne? Naja, gut, ist wahrscheinlich wieder altmodisch alles. So, genau, eine E-Mail, genau, wieder aus der inneren Mongolei von Petrovskolov und er schreibt, Hallo Christian, ich verfolge deine Videos seit einiger Zeit und ich finde deine Arbeit wirklich toll. Ich höre deine Videos manchmal auf geschäftlichen Autofahrten und durch Zufall bin ich auf deinem Kanal gelandet. Wobei, nach dir gibt es ja keine Zufälle. Ich wollte mal etwas aus der männlichen Perspektive beitragen. Vor allen Dingen auch, weil ich in einer Phase meiner Beziehung bin, in der ich unsicher bin, wie es weitergeht. Nach Ansicht von Freunden habe ich keinen Grund, mich zu beschweren. Meine Frau und ich sind 18 Jahre zusammen. Ich bin neun Jahre älter, stand damals schon mitten im Leben. Sie war 21. Wir haben zwei Kinder, die jetzt aus dem Gröbsten raus sind und von außen betrachtet läuft alles sehr gut. Genau, vielleicht habt ihr Kinder in der Pubertät. Das führt manchmal so, also nicht nur Krisen bei den Kindern, auch im Paar dann, die typische Midlife-Crisis. Meine Frau sieht aus wie ein Hollywood-Star. Good for you, herzlichen Glückwunsch. Wenn wir gemeinsam auf einer Party gehen, gingen, dann war sie immer der absolute Head-Turner, was natürlich meinem Ego gut getan hat. Ich sehe normal aus. Naja, Männer haben ja andere Qualitäten. Ich war nie der größte Womanizer. Immerhin hast du diese Frau gekriegt und hast im richtigen Moment in deinem Leben, wie die Red Pillar immer sagen, ausgecashed. Und hast nicht gewartet, um noch was Besseres kommt. Alles richtig gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Und du hast diese Frau ja auch so lange gehalten jetzt. Mein Fokus war auch nie, die schönste Frau auf der Fahrt zu bekommen. Das war mir eigentlich egal. Ist das wirklich egal? Egal ist aber auch nicht korrekt. Es war halt nicht das Wichtigste. Ja, aber das sage ich auch immer. Die Mission sollte das Wichtigste sein. Wobei das nicht heißt, dass ich beim Kennenlernen nicht ziemlich begeistert war. Jetzt ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass ich langsam schwächere Batterien habe. Na, du bist jetzt Anfang 50. So ist das. Mach mehr Sport. Mehr Selbstpflege, Sport, Meditieren, Dehnen, all diese Sachen. Ich habe weniger Energie. Der Job ist anstrengend und fordern und ich trage die finanzielle Verantwortung weitgehend alleine. Ist dein Job. Also hier zumindest. Manchmal auch andersrum. Was aber kein Problem ist. Dem komme ich gut nach. Aber ich brauche mehr Erholungszeit als meine Frau. Na ja, sie ist neun Jahre jünger. Frauen sind eh ein bisschen fitter. Ist wie es ist. Aber wie gesagt, halte ich fit. Geh nicht nur arbeiten. Ich merke auch, dass meine Frau will, dass ich mich mehr um sie kümmere. Okay, warum nicht? Meine Frau braucht gefühlt viel Aufmerksamkeit. Und man muss ihr schon öfter sagen, wie toll sie ist. Ein Stück weit natürlich total normal. Es sei denn, es wird zu viel. Also wenn sie sich, vielleicht ist sie auch ein bisschen, jetzt Anfang 40 vielleicht auch, nicht mehr ganz so viel Aufmerksamkeit von der Männerwelt. Vielleicht auch ein kleiner, das Ego so ein bisschen getriggert. Und ja, wenn ich da nachlasse, macht sie Witz über die ganzen Angebote, die sie aus ihrem Umfeld bekommt. Naja, das sind ja keine Witze. Das würde ich auch nicht so witzig finden als Mann. Also wo das hier so ein bisschen hingeht ist, ist, also bis hierhin hast du alles super gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Du bist bestimmt auch gut in deiner Polarität. Aber bist du es genug jetzt für deine Frau so? Und weil, nicht dass sie anfängt, dir so auf der Nase umzutanzen so, ne. Und dachte, ah ja, die wollen mich alle haben. Dann würde ich dir auch mal sagen, ey, sorry. Also wenn du andere haben willst, dann trenne ich. Also ich weiß nicht, ich kümmere mich gerne um dich. Und wenn ich mich mehr kümmern soll, okay, können wir darüber reden. Aber ja, ich kann auch andere Frauen haben. Das würde ich so klipp und klar sagen und dir auch eine Grenze setzen da, ne. Also liebevoll natürlich, ne. Ja, sie sagt das dann halb im Scherz. Ja, ist es aber nicht lustig, ne. Früher fand ich das lustig. Mittlerweile stört es mich und ich finde es nicht mehr lustig, genau. Ich merke, meine Batterien sind nicht mehr so voll. Da schreibst du jetzt zum hundertsten Mal. Also da würde ich schon gucken. Man kann es sich auch mal durchchecken lassen. Aber wahrscheinlich ist es einfach, ja, zu viel gearbeitet, zu lange. Wo kannst du deine Batterien aufladen? Das ist ja völlig legitim, so, ne. Ich träume manchmal von zwei Wochen Einsamkeit an einem schwedischen See ganz alleine. Ey, that's a fucking problem. Also du hast dich jetzt jahrzehntelang um alles gekümmert. Warum darfst du nicht mal zwei Wochen an den schwedischen See? Und es ist auch polar, ne. Es ist auch so, hey, ich gehe jetzt, ich, du kannst ja auch keinen anderen Frauen da treffen. Also mache ich jetzt, ne, mache ich, mache ich für mich. Und wenn eine Frau rummekert, meckert sie rum. Sie kann ja auch gucken, was ihr gut tut, ne. Es muss ja auch nicht immer alles der Partner geben, so. Und ich glaube, für dich ist es wirklich essentiell, dann Batterien jetzt auch wirklich mal aufzuladen. Witzig, ich träume manchmal von zwei Wochen, ähm, witzig, andere träumen von einer Ferie mit einer aufregenden Frau. Ich darf von alleine zu sein, ohne die aufregende Frau. Also für Männer ist diese Off-Zeit super wichtig. Und vielleicht bist du auch ein bisschen Intro. Viele Männer sind ja ein bisschen Intro. Und die lieben es, sich aufzuladen in der Einsamkeit, ne. Also kann ich total nachvollziehen. Fühle ich. Mach das, ne. Sexuell läuft es noch gut. Etwa ein bis zwei Mal die Woche. Also ich habe wirklich eine Top-Beziehung. Also da dürfen jetzt auch mal nach 20 Jahren, dürfen jetzt auch mal Probleme auftreten, ne. Das ist alles okay. Aber das heißt jetzt nicht, dass man sich auf diesen völlig durchgeknallten Dating-Markt werfen muss. Sondern einfach, ähm, also da schreibe ich ja jetzt auch mal ein neues Buch drüber. Langzeitbeziehung. Beziehung so ein bisschen antoxen, wie ich das immer sage. Ein bisschen unvorhersehbarer machen. Mach mal dein Ding. Geh mal mit Kumpels weg. Mach nicht alles, was deine Frau sagt. Also klar, wenn es Sinn macht, wenn du sagst, okay, ja, stimmt, ich habe wirklich zu viel gearbeitet. Dann date sie ordentlich, ähm, aber setz sie auch mal eine Grenze, so, ne. Ähm, und deine Frau darf dir natürlich auch Grenzen setzen. Vielleicht stört sie irgendwas konkret, so, ne. Also vielleicht ist es wirklich die Zeit, ne. Vielleicht arbeitest du wirklich zu viel und, äh, vielleicht datet ihr zu wenig. Also das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also vielleicht hat sie auch einen Punkt irgendwo, aber dir jetzt vorzuhalten, dann würde ich sie fragen, was meinst du denn jetzt damit? Was gefällt dir denn genau nicht? Also jetzt immer zu sagen, sie kann andere Männer haben. Ja, du kannst andere Frauen haben. Ja, äh, das bringt einen ja nicht weiter. Worum geht es denn jetzt, ne? Also dass ihr da mal Klartext redet, ne. Klartext reden ist in Langzeitbeziehungen wirklich super wichtig. Ähm, aber es ist etwas Routine eingekehrt. Meine Frau stört das, sie will wieder mehr Feuer. Ja, gibt ihr das? Weiß ich nicht. Benehmt euch wie ein frisch verliebtes Paar. Habt Sex im, äh, was weiß ich, im Kofferraum, auf dem Lidl-Parkplatz oder, äh, keine Ahnung. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, also irgendwelche offenen Sachen würde ich glaube ich jetzt nicht ausprobieren hier, aber, äh, weiß ich nicht, macht einen Tantra-Kurs, ein Paar-Tantra-Kurs, äh, komm mal nach Hause und, äh, weiß ich nicht, macht sich sofort bei deiner Frau her, dass sie, wo sie gar nicht mit rechnet, irgendwie, äh, aber vielleicht musst du dafür auch erstmal deine Batterien müssen aufladen. Das ist, glaube ich, wirklich super wichtig, ne. Und das so, ja, sie mal wieder so richtig besetzt, ne, mit deiner maskulinen Energie. Und, ähm, ja, aber das ist so Antoxen, ne. Da hat sie auch einen Punkt, wenn ihr das sagt, das ist mir gerade zu langweilig, okay. Aber du musst jetzt auch nicht jeden Scheiß mitmachen, nur damit sie bei dir bleibt, so, ne. Wenn sie, ähm, äh, wenn man jeden Tag Porsche fährt, wird das eben auch normal, sage ich manchmal im Scherz. Äh, das ist kein Scherz, das ist so, wenn du jeden Tag Porsche fährst, ist das, nix noch Besonderes mehr, ja. Ähm, vielleicht bin ich aus dem Grund auch nicht gefährdet, eine Affäre zu haben. Ja, gut for you. Meine besten Freunde meinen, mit wem ich auch eine Affäre anfangen wolle, für mich sei ja alles ein Downgrade. Naja, aber vergessen immer viele, dass es bei Affären vor allen Dingen um Abwechslung geht, deswegen. Ähm, ja. Ja, aber wie gesagt, wozu? Ihr habt scheinbar eine gute Beziehung, ihr habt Sex, es geht einfach nur darum, ja, jetzt mal Sachen anders. Es geht, glaube ich, auch um Abwechslung, Lunken eurer Beziehung und du willst ja auch gar nicht, also sie redet ja von anderen Typen, also, also, ja, bisschen mehr Power zeigen so und dafür, wie gesagt, Batterien aufladen, dann geht auch an den See, ne. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass ich jetzt gerne mehr Ruhe hätte, meine Frau wünscht sich mehr Aufregung. Das ist typisch meine Frau, ich meine, das ist wahrscheinlich wieder, Männer und Frauen sind gleich, aber sie sind nicht gleich. Das ist so typisch, habe ich auch gerade geschrieben. Männer wollen sich entleeren, also auch so energetisch, Frauen wollen mehr Feuer, das ist auch normal, da ist nichts falsch dran, also, das ist auch, da habt ihr eine Polarität und du darfst an den See gehen, zwei Wochen, und dann kommst du zurück und machst richtig Halligalli mit deiner Frau irgendwie, dann geht die mal auf, weiß ich nicht, coole Partys und gib ihr das, ja, aber geh auch an den See, ne. Ich mag das auch mal, alleine zu sein und so rumzuwerkeln. Ja, alles, also, in Langzeitbeziehungen geht es oft darum, jeden Topf so ein bisschen zu bedienen und nicht einen komplett zu vergessen, ne. Und denn den Topf, wo der schwedische See drin ist, den hast du vielleicht mehr zu vergessen. Und sie hat natürlich auch Bedürfnisse, aber ich wüsste jetzt nicht, warum das nicht gehen sollte, ne. Jetzt ist es so, dass wir uns zweimal heftiger gestritten haben, muss auch nicht schlimm sein. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber trotz dieses Hollywoodstars zu Hause habe ich das Bedürfnis, hin und wieder zu masturbieren. Ich würde mal sagen, dass ziemlich alle Männer masturbieren, auch wenn sie in einer Beziehung sind. Also, mindestens 98 Prozent, würde ich mal sagen, keine Ahnung, oder 95, weiß ich, aber die aller, ich denke mal schon, also, das ist nichts Unnormales auf jeden Fall. Und jeder hat ja auch ein Recht auf seine persönliche Sexualität, ne. Das ist total in Ordnung, aber vielleicht ist es auch ein Zeichen. Ich weiß nicht, willst du dich auch von ihr zurückziehen? Ist dir das zu viel gerade mit ihr? Das werden alles so Fragen, ne. Ich gucke keine Pornos, habe keine Affären, aber irgendwie ist das so, dass ich es hin und wieder brauche. Alles okay. Ich weiß nicht, warum. Ich rede hier von einem bis zwei Mal im Monat. Ey, come on, come on. Jetzt lass die Kirche mal im Dorf, ey. Sie hat vor kurzem Indizien dafür gefunden, war ziemlich sauer, weil sie meinte, das dürfe ich nicht. Also, deine Frau hat da so ein bisschen unnötig, weiß ich nicht, sagt sie dir, was du machen sollst, finde ich in Ordnung, ne. Also, darf ich jetzt sagen, ey, sag mal, was willst du, ey, echt? Also, wir haben hier Sex, wenn ich mir mal zwischendurch, weiß ich nicht, als zweimal monatige Hand anlegen will. Ey, leck mich, ne. Was willst du eigentlich, echt? Also, da, ich finde, ich habe das Gefühl, da fehlen so ein bisschen Grenzen, ne. Sie führte sich auf, als hätte ich eine Affäre, ja, das ist wirklich völlig übertrieben, ich weiß nicht, was sie da so denkt, vielleicht dort sie mal mit ihren Freundinnen reden, ne. Ich hätte ein super stetiges Gewissen, mich gefühlt wie ein psychisch Kranker. Deswegen würde mich da eine Einschätzung interessieren. Also, das ist nun wirklich, also, wenn das euer einziges Problem ist, also, wirklich, sorry, das ist, das ist als wenn der Kaiser von Persien irgendwie fünf Cent zu viel für den Korkum bezahlt hat. Also, wirklich, es ist völlig irrelevant, ne. Deswegen würde ich da eine Einschätzung interessieren, ob ich da was machen muss. Ne, oder ob man das als Mann darf, ja. Wir haben uns gestritten wegen eines gemeinsamen Fotoalbums. Wir kennen uns seit 19 Jahren und haben diverse alte Fotoalbums. So saßen wir auf dem Sofa und haben uns gemeinsam Fotos von früher angeschaut. Und dabei haben mich Fotos von ihr auch früher ziemlich angetörnt, was sie bemerkte. Es war alles gut. Was ich auch zugegeben habe, es kamen auch so Zärtlichkeiten, aber sie war später beleidigt, dass ich auf ihre 22-jährige Erscheinung so anspringe. Sie ist jetzt 41, 55. Ja, wir alle sahen mit 20 Hotter aus. Also, ich meine, das ist nun mal so. Also, ich meine, und sie darf da auch mal vom Leben gekränkt sein, aber es muss sie nicht alles an... Ich weiß nicht, da muss sie, glaube ich, sich auch mal mit ihrem Alter mal auseinandersetzen und nicht alles auf dir abladen. Also, du hast ja jetzt nichts falsch gemacht. Kein Mensch sieht mit 41 aus, wie mit 22. Das muss ich da nicht rechtfertigen. Sie war ziemlich sauer. Dann habe ich wieder ein schlechtes Gewissen. Ich habe das Gefühl, sie wird unzufriedener und ich weiß nicht, wie und ob ich das ändern kann. Vielleicht ist es auch so, dass das Altern für schöne Menschen einfach schlimmer ist. Ja, definitiv. Ich habe mich nie bei meinem Aussehen definiert. Wie komme ich mit meinem... Aber ich komme mit meinem Alterungsprozess gut klar. Muss ich da einfühlsamer sein? Ja, natürlich darf es so einfühlsam sein, aber sie darf sich das nicht so ärgerlich auf die abladen. Wo geht die Reise hin? Ist Paartherapie empfehlenswert? Ja, warum nicht? Vielleicht auch mal ein Video wert, dass das Leben mit einer sehr schönen Frau auch so seine Tücken hat. Und es wird ja manchmal gesagt, dass schöne Menschen später dazu kommen und sich zu arbeiten, weil sie es vorher nicht müssen und ihre Kanten abschleifen und ihr Ego abschleifen, weil ihr Ego vorher nur gepampert worden ist. Und da haben die es auf eine Art... Also oft haben sie es... Eigentlich haben sie es leichter, aber da haben sie es auch schwerer. Und das ist jetzt so. Das Leben fordert seinen Tribut. Sie muss sich da anpassen und das kann sie nicht alles auf die abladen. Und sie darf unzufrieden sein. Darf man auch mal nach 20 Jahren Kinder großziehen und darf man auch mal eine Krise haben. Aber dann sollt ihr wie erwachsene Menschen reden und nicht ständig beleidigt sein, dass du ihre 22-jährigen Fotos hot findest. Also dass du zweimal in der Woche da in die Bravo guckst. Also sorry, das ist jetzt wirklich... Dann redet ihr wie erwachsene Menschen, redet ihr über eure Gefühle, geh an den See, fragst sie, was willst du ganz genau, soll mal coolere Dates machen, welche Richtung soll es gehen. Mach das dann auch, aber setz dir auch Grenzen. In diesem Sinne, danke für die E-Mail, mach die folgenden Kurse und wir sehen uns bei viele. Tschüss, liebe Lieben.